In diesem Video geht es um die binomischen Formeln. Von den binomischen Formeln gibt es insgesamt drei Stück und diese drei Formeln möchte ich dir nun in dem folgenden Video erklären. Wir starten mit der ersten binomischen Formel. Die erste binomische Formel ist das Quadrat einer Summe aus zwei Gliedern. Die zwei Glieder sind hier a und b, hier haben wir das Plus, es ist eine Summe. Und da die zwei Glieder in Klammer sind und wir hier hoch 2 haben, ist es eben ein Quadrat. Um uns die Formel genau anzusehen und sie auch zu verstehen, schreiben wir nun das Quadrat etwas ausführlicher an. Und zwar a plus b mal a plus b. Nun folgen wir einfach den Regeln fürs Ausmultiplizieren von Klammern. a mal a und a mal b. Wir erhalten dann a mal a ist a Quadrat plus ab. In einem zweiten Schritt b mal a und b mal b. Ich sortiere nun die Elemente gleich. b mal a wäre wieder ab plus b mal b wäre b Quadrat. Nun sehen wir, ob wir etwas zusammenfassen können. Wir haben in der Mitte ab und ab. zusammengefasst ergibt das nun a Quadrat plus 2ab plus b Quadrat. Und schon haben wir die erste binomische Formel. Nun versuchen wir das Ganze anzuwenden an einem Beispiel, nicht mit a und b, sondern mit Zahlen und einer Variablen. Wir rufen uns wieder die binomische Formel zurück. a plus b in Klammern zum Quadrat ist a Quadrat plus 2ab plus b Quadrat. Und nun wenden wir diese an. a ist in diesem Fall 6. 6 zum Quadrat wäre 36. plus 2 mal a mal b, 2 mal 6 ist 12, mal y sind 12y, plus b zum Quadrat, hier eben y, y zum Quadrat. Nun gehen wir gleich weiter zur zweiten binomischen Formel. Die zweite binomische Formel unterscheidet sich von der ersten dadurch, dass in der Klammer kein Plus ist, sondern ein Minus. Wir quadrieren also eine Differenz von zwei Gliedern. Ansonsten funktioniert das wieder genau gleich wie die erste binomische Formel. Wir schreiben sie uns wieder ausführlich an. a minus b mal a minus b und multiplizieren das Ganze wieder aus. a mal a, a mal minus b ergibt a Quadrat minus ab. b, dann der zweite Schritt, minus b mal a und minus b mal minus b, minus ab plus, da minus und minus, b Quadrat. Das Ganze können wir nun wieder zusammenfassen. Wir haben hier wieder ab und hier ab und erhalten dann a Quadrat minus 2ab plus b Quadrat. Das wäre die zweite binomische Formel. Auch die sehen wir uns nun wieder gleich an einem konkreten Beispiel an und holen uns dazu kurz wieder die zuerst ausgerechnete Formel zurück. a entspricht hier eben 2, b entspricht hier x und nun können wir schon die Formel anwenden. a Quadrat ist in diesem Fall 2 mal 2 wäre 4 minus 2ab, also 2 mal 2 mal x minus 4x plus x Quadrat. Zu guter Letzt sehen wir uns noch die dritte binomische Formel an. Die dritte binomische Formel beginnt mit a plus b in Klammer mal a minus b in Klammer. Das Ganze werden wir nun wieder ausmultiplizieren. a mal a und a mal minus b. a mal a wäre a Quadrat. a mal minus b wäre minus ab. b im zweiten Schritt b mal a und b mal minus b. b mal a wäre a b. b mal minus b minus b Quadrat. Hier können wir wieder zusammenfassen und wir sehen jetzt minus ab plus ab fällt dann weg und wir erhalten als Ergebnis a Quadrat minus b Quadrat. An diesem Beispiel wollen wir das Ganze noch einmal testen. Wir haben eben a plus b in Klammer zum Quadrat mal a minus b in Klammer zum Quadrat ergibt a Quadrat minus b Quadrat. Angewandt auf dieses Beispiel bedeutet das für uns x Quadrat minus 8 mal 8 wären 64, also minus 64. Diesen Hefteintrag schreibst du bitte wieder in dein Schulübungsheft und die binomischen Formeln lernst du bitte auswendig. Sie werden dich in nächster Zeit immer wieder verfolgen und sind wirklich wichtig für die nächsten Mathematikstunden. Solltest du Fragen zu den binomischen Formeln haben, wir sind in der Mathematikstunde natürlich dafür da. Klammer Klammer Klammer